Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, ich bin jetzt wieder am Sandkasten, habe hier auch meinen Spawnpunkt schon gesetzt. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo diese Salzhöhle ist. Ist es die da vorne oder ist es die da hinten irgendwo? Ah, ich sehe schon, ich muss hier wieder mich durchkämpfen. Na, ich probiere mal mein Glück. Ich probiere mal mein Glück. So, wartet mal, aber ich werde trotzdem nochmal speichern. Wobei, es ist gespeichert. Gut, okay. Oh Leute, wo ist die Salzhöhle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen jetzt hier wahrscheinlich wieder diese Ameisen. Wo ist es doch? Hi. Na, hast du dich zu Ende gezittert? Ja, na komm. Oh, ich Idiot. Ich habe nicht geblockt. Kann ich bitte nochmal anfangen? Oh nein. Warum habe ich nicht geblockt, Mensch? Das ist ja ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ach man. Ja, nehme ich mir einen Verband. So. Okay. Au. Ist das Schwede? Ja, komm. Oh, das läuft irgendwie heute nicht gut, habe ich so das Gefühl. Nein, es läuft heute irgendwie überhaupt nicht gut. Ach. Sollte ich mir mal vielleicht schon versuchen, ein bisschen Saft mitzunehmen. Für neue Verbände. Denn hier wächst ja ein bisschen was. Ich werde auch nicht wirklich rennen hier, glaube ich. So, mein Plan. Ach komm, schon nur zwei Saft? Ne, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Okay. Da ist eine... Ach, da ist auch noch Saft. Guck mal. Ah, ich bin immer so mächtig angespannt hier in dem Sonnenkasten. Okay. Wie, jetzt habe ich den erst entdeckt? Das ist ja richtig traurig. Ich war doch hier schon tausendmal drin. Oh, oh, oh. Okay. Wo ist denn der Hügel? Der ist hier, ne? Wartet mal. Und wie ich das Spiel kenne... Ich nehme mal die Federpfeile. Und wie ich das Spiel kenne, wird jetzt... Au, wow. Hat der mich schon Visier, ähm, Visier gehabt? Ist ja unfassbar. Du kleine Ratte, ey. Ich habe keine Ausdauer mehr. Vielleicht sollte ich auch einfach versuchen, mit der Keule das zu machen. Aber ich traue mich das halt hier nicht im Nahkampf, ne? Das ist so... Mega gemein hier. Leute, betet bitte für mich, dass ich das auch schaffe. Ich hätte vielleicht auch meinen... Ich wollte gerade sagen, warum schießt die denn nicht? Äh, mein, mein, ähm... Ihr wisst schon, hier meinen Hügel draufsetzen sollen. Kannst du mal bitte jetzt sterben? Das wäre nice. Dankeschön. Uh! So, ich hoffe, das ist jetzt hier auch die Salzhöhle. Erst mal meine ganzen Pfeile wieder einsammeln. Ah, da liegt sie nun. Einfach tot. Wartet mal. Ich werde mal einen Screenshot machen, ja? So, wartet. Sie ist zwar tot, aber dennoch einen Screenshot wert. So, nee, einmal runter. Hups, geh mal weg da, du nervst gerade. Momento. Ich muss ihn ausblenden. So. Genau. Achso, jetzt muss ich ja noch... Wartet, ich habe es vergessen. Es tut mir leid, die Zeit etwas ändern, damit ich auch hier ein cooles... ...helles Bild zustande kriege. So. Okay, das wär's. Es tut mir leid, ne? Aber... Wow, nicht reinfallen. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt hier wieder nichts sehe. Und ihr auch nicht. Das ist nicht die Salzhöhle, glaube ich. Na, komm. Nee, wird's nicht. Wird's mit einem Pfeil abgeschossen werden? Na, dann machen wir das halt so. Kein Problem. Irgendwie hängt die. Kein Problem. Umso besser für mich. Ein leichtes Spiel für mich. Oh, hat es dir wehgetan. Achso. Ja, ein bisschen spät gestorben, wa? Würde ich mal sagen. Doch, hier ist Salz drin, ne? Nee, doch nicht. Das sind ihre Pfoten, glaube ich. Möchte erst mal meine Pfeile haben. So. Wartet mal, ich... Oh, Bala. Ähm, ich mach mal... Ach, Fanny. Ich mach mal ganz kurz hier die... Oh, ne, natürlich. Das ist die kleinste Hülle aller Zeiten, die ich jetzt hier erwischt hab, ja? Ah. Hier ist ja gar nix. Shit. Okay, also die erste ist es hier schon mal nicht. Alles klar. Oh, das ist so unfair. Das ist echt unfair. Gut. Aber... Es hat ja auch was Gutes. Ähm. Ich hab ein paar Löwen... Fangzähne, oder wie die heißen, bekommen. So schlafen will ich irgendwie nicht. Die hab mich wieder am Visier, die blöde Kuh. Kann ich das einsammeln? Nee, ne? Schade. Ähm. Ich versuch mal... Ich hab zwei Pfeile Verlust gemacht. Wo ist denn jetzt die blöde Höhle? Da, ne? Natürlich. Natürlich. Natürlich kommen jetzt hier noch andere... Oh, wow. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Kommt schon. Das ist nicht fair, Leute. Das ist gar nicht fair. Oh, jetzt hat die mich getroffen. Ich hab auch, glaub ich, die richtigen Pfeile jetzt nicht in Auswahl. Aber gut, ist jetzt egal. So, jetzt laufen wir mal hier lang. Hab ich da grad einen Löwen... Dings gesehen? Im Sand. Verbackt. Ich hab keine Ausdauer. Die ist gleich tot. Wunderbar. Puh! So, ich trinke mal was. Hydration ist die key to performance. Was sind meine Pfeile? Ach da. So. Hat das Spiel inzwischen gespeichert? Hier ist nämlich bestimmt wieder ein Vieh drin. Natürlich ist hier ein Vieh drin. Komm her. Ja, das hast du dir so gedacht, oder? Oh nein, ich hab meinen Morinkie verrissen müssen. Was war das denn? Ey, sag mal. Jetzt hab ich den getroffen. Ausdauer. Ja. Wow. Der Morgenstern ist richtig gut hier. Ach, hört doch auf. Aber hier ist Salz. Hier ist ganz viel Salz. Ich lauf erst mal hier lang, weil ich glaub, hier war er immer noch. Da! Da ist sie! Guck mal! Gammeliga! Oh! Oh, wartet. Oh, wartet. Meine Lieben. Ihr müsst echt leider etwas Geduld mit mir haben. Wartet mal. Ich mach mal die Zeit. So. Teen ausblenden. Ganz wichtig. So, dann wieder zurück. Wo ist denn? Da ist der Sack. Da ist der Sack. Wartet. Da ist er. Guck mal. Da ist er. Kann ich da? Irgendwie. Wartet mal. Oh, nee, nee. Nicht so nah. Ich probier's mal. Ich, ich... Wartet mal. Äh, äh, Mama. Die Zeit, kann ich die noch irgendwie... Das ist irgendwie... Nee. Ach, schade. Aber ich mach jetzt trotzdem erstmal ein Screenshot. So. Wenn ich schon mal hier drin bin. Guck mal, da ist sie. Ja! Tada! Okay, äh, äh, ähm, ist hier noch ein Ameisenlöwe drin? Oder kann ich jetzt hier in Ruhe farmen? Ich glaub, ich kann hier farmen, ne? Dann kann ich nämlich... Oh, Mann, ich lerne das nicht gerade. Dann kann ich nämlich erstmal hier, ne? Ihr wisst schon. Sehr nice. Sehr nice. Was brauch ich nochmal dafür? Ähm. Braucht ich die Schippe? Nee, den haben wir. Dankeschön. Oh, ist das cool. Wow. Alles mit dem hier. Definitiv. Salz ist rar. Bei der lieben Fanny. Daheim. Oh. Dann hier noch. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Salz brauche. Na, hau mal. Ich muss mein Hammer unbedingt reparieren, sich grad. Habe ich hier vorne noch irgendetwas? Habe ich hier vorne noch irgendwas? Nee, ne? Am Ausgang ist erstmal nichts. Jetzt gehe ich noch da hin. Wartet mal. Mit der durfte ich das jetzt auch hinbekommen, ne? Das da kaputt zu machen. Ja, natürlich. Ah! Ich brauch mein... Ich brauch mein, ähm... Schild. Ähm... Schild, 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 Schild. Da. Gott, was für eine Panik hier. Bei der Fanny. So, das eine habe ich... Da ist... Ach so. Wartet mal. Komme ich da hin jetzt irgendwie? Nee, ne? Hier ist noch Salz. Ähm... Ich muss irgendwie versuchen noch, das Ding da kaputt zu machen. Danke. Ja, ja, das hast du dir so gemacht, ne? So, den hätten wir. Wartet, ich habe doch hier noch Salz gesehen. Äh... Fackel. Hammer. Äh, genau. So. Oh, da ist auch noch Salz. Na, komm schon. Das war ein großer Brocken. Oh, da ist auch noch eine. Wunderbar. Gib mir deinen Salz. Waren das echt nur zwei Brocken hier? Ja, sieht so aus, ne? Das sieht so aus. Hoppala. Komm schon. Gehen wir erstmal hier lang, in die Ecke. So. Ach, schön. So viel Salz für mich. Ah, die sind auch wieder null Komma, nix weg, ne? Das ist ja... So ist das leider halt immer. Und da muss ich mir echt mal merken, wo diese Salzhöhle ist. Nicht, dass ich hier ständig immer sämtliche... ...höhlen... ...dings, ne? ...und kann sich das Leben ja auch schwer machen. So, hier war jetzt nicht... Oh, oh. Geh ich doch nochmal... ...einen Rundumgang machen. Ah, ich glaub, das war's jetzt. Achso, hier ist Sarkassa. Aber... ...hätte ja auch noch Salz sein können. Okay. Viel, viel Salz habe ich denn jetzt. Guck mal. Ordentlich, ne? Und ich hab die Rüstung vollständig. Wie nice. So, ähm... ...dann... Alley hoops! Bringing the light! Gerade als ich die jetzt wegmachen wollte, ist die alle gegangen. Aber ist okay. So, wartet jetzt. Muss ich erstmal nochmal was trinken. So. Und vielleicht esse ich auch mal was. Ich hab extra was mitgebracht. Wie viel habe ich denn? Drei. Echt? Nur drei? Das ist bitter. So, die muss ich noch analysieren. Ja, ich hab... Ich hab gar nicht meine Keule. Au! Wow! Das hat die mich aber voll erwischt. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ah, shit! Oh, das ist jetzt nicht... Oh, das ist so fies. Gut. Wollen wir die noch gemeinsam holen? Meinen schönen Rucksack? Ich bin ja Gott sei Dank gut ausgerüstet. Oh, das war jetzt echt bitter. Oh, wow. Scheiße. Das war zu spät. Du Ratte, ey. Ich will meinen Rucksack. Ich will meinen Rucksack haben. So, Ausdauer lässt wieder grüßen. Ich hab mich nicht grad gegessen. Warum ist denn die Hälfte wieder weg? Ja, die Spinne, die schläft hier auch. Ich höre sie. Ich kann sie hören. So, wow. Ey, das sind zwei. Das ist unfair. Ah! Shit, eigentlich wollte ich gar nicht hierher, aber gut. Genau. Äh, hatte ich hier nicht irgendwie meine Base? Oder ist die irgendwie weg? Man sieht ja hier auch gar nichts, ne? In der Dunkelheit. Ach, da ist sie doch. Wartet mal. Respan Punkt. Oh, wartet. Ich kann doch schlafen. Dann machen wir das auch mal. Oh nein, ich Idiot. Ja. Ich, ich, ich brütze. Wartet mal. Ja, ja. Ich brauche erstmal hier eine Orientierung. So. Ohne Momento. Hatte ich denn hier nicht meine... Meine Brutzerrüstung? Ja. Genau, die ist hier. So, jetzt gehe ich aber erstmal analysieren. Ohne Momento. Während die Gefahr ist... Doch, 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 heul! So. Bisschen Höhenschmalz noch gewonnen. Während die Gefahr hier ist. Na, was ist los mit dir, ne? Baby. Okay. Du gehst mit Jammer's auf den Senkel. Höhenschmalz. So. Haben wir das jetzt, ja? Ah. Okay. Wunderbar. Komm, trink mal noch ein Schluck. So, essen kann sie jetzt auch wieder was. Oh, ich brutzel, ne? Ups, 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 ups. Ab ins Wasser. Up into the water. Okay, äh. Wo müssen das hier so leer? Achso, weil alles wieder durcheinander ist, ja. Genau, ich bin ja gestorben. So war das doch. So war das. Komm mal da runter. Du kommst mal da hin. Du kommst hier hin. Du hier. Du da. Du hier rüber. Du hier rüber. Hier rüber. Du runter. Du da. Du hier hoch. Du auch da hoch. Du hier hin. Runter. Hoch. Kann da bleiben. Genau. So, wartet mal. Ich werde mal die Mütze tauschen. Guck mal da hin. Genau. Okay. Okay, meine Lieben. Ich denke, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare und auch für eure Däumchen natürlich. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge wieder rausgehen hier aus dem ganzen Schlamassel. Ja, weil ich habe jetzt das, was ich wollte. Ich habe auch ein bisschen Salz. So kann ich auch meinen Morgenstern wieder aufpäppeln. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Karfreitag. Genießt diesen Tag. Ich selber kann es leider nicht, denn ich muss arbeiten. Aber irgendjemand muss es ja tun. Also von daher, bis dann, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.